Tirol Imposante Gebirge, glasklare Gewässer, eine gelebte Tradition und davon reichlich. Tirol ist ein Sonnensplatzl. Innsbruck, die sogenannte Hauptstadt der Alpen, auf der ganzen Welt bekannt. Und genau hier sind wir zu Hause. Der HC Tiwak Innsbruck, die Haie. Seit nunmehr über 10 Jahren sind die Haie fixer Bestandteil einer der bedeutendsten europäischen Eishockey-Ligen. Mit Mannschaften aus vier Nationen. So wie heuer erstmals in der Champions-Hockey-League vertreten. Top-Eishockey in Innsbruck. Von der Vision in die Gegenwart. Unabhängig des sportlichen Erfolges, erfreut sich der Sport in Tirol und in Österreich grösster Beliebtheit. Und die heimische Community wächst stetig. Werde jetzt Partner vom HTI und lass diese Erfolgsgeschichte weiterleben. Bei zahlreichen verschiedenen Werbemöglichkeiten können Sie nun Ihr Unternehmen ins beste Bild rücken und dabei unsere Haie unterstützen. Werde jetzt Teil von uns. Denn wir sind Haie.